Hallo liebe User im weltweiten Web, na das nenne ich mal ne Punktlandung. Ja, es ist wieder soweit. Die weltgrößte Industriemesse hat in Hannover ihre Pforten geöffnet und wenn die Weltelite der Industrie sich trifft, darf Jumo natürlich nicht fehlen. Vor fast 70 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Jumo in einer kleinen Werkstatt in Fulda. Mittlerweile findet man Jumo-Produkte überall auf der Welt. Doch Jumo hat in den vergangenen Jahren den Schritt vom reinen Komponenten zum Systemanbieter gewagt. Es ist ein Glücksfall und das Ergebnis harte Arbeit, dass Jumo Engineering mittlerweile den Kinderschuhen entwachsen ist und erfolgreich Komplettlösungen für die unterschiedlichsten Branchen anbietet. Dabei können die Ingenieure auf eine riesige Produktpalette zurückgreifen und ich möchte ihnen heute eine Applikation vorstellen. Oh, sorry. Ja, jedes Baby weiß, wie man eine Flasche entleert, aber kaum jemand macht sich wirklich darüber Gedanken, wie man sie wieder befüllt. Ich meine nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern 80.000 am Tag. Zum Glück gibt es professionelle Firmen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen und Jumo steht als Partner für alle Fragen der Mess- und Regeltechnik an deren Seite. Das Jumo Engineering Team bietet dazu eine komplette Projektbetreuung an. Von der Machbarkeitsanalyse, der Durchführung von Workshops, Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften bis hin zur Konfiguration, Programmierung und Überprüfung von Automatisierungslösungen. Abfüllanlagen sind fein aufeinander abgestimmte Ökosysteme und jede kleine Störung kann zum Stillstand, das heißt zu Unkosten führen. In den sogenannten Ventilknoten einer Füllanlage müssen Temperatur und Druck zuverlässig und genau gemessen und erfasst werden. Hier empfehlen die Fachleute von Jumo iO-Link, ein zukunftsweisendes Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an Automatisierungssysteme. Der Drucksensor D-Trans P35 und der D-Trans T1000 Elementarsensor erledigen diesen Job mit höchster Präzision. iO-Link hat viele Vorteile, zum Beispiel den problemlosen Einbau in bestehende Feldbussysteme. Der iO-Link Master ist das Bindeglied zwischen der unteren Feldebene und der Systemsteuerung. Er sorgt für einen ständigen Kommunikationsfluss von unten nach oben und umgekehrt. Ein weiterer Vorteil ist ein schneller problemloser Austausch verschlissener Sensoren. Standardisierte Anschlussbuchsen ersparen dem Betreiber lästigen Verkabelungsaufwand und einen langen Stillstand der Anlage. Natürlich ist absolut die Hygiene einer solchen Anlage Grundbedingung. Das von Jumo entwickelte Prozessanschluss-Adapter-System garantiert mit seiner besonderen Abdichtungstechnologie keimfreie Sauberkeit der Messsensoren. iO-Link, so macht Zukunft Spaß. Cheers! Das Jumo Engineering Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Informationen zu allen Jumo-Produkten gibt es natürlich hier auf dem Messestand und bei Jumo direkt. Das war Jumo unterwegs aus Hannover. Nicht vergessen, angemessen messen mit Jumo. Wir regeln das und ich mache jetzt den Abflug.